hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge rift wieder mit dabei der attabung ich fühl mich wie eis am stiel frostbeule ist er ja wir sind hier immer noch in den eisen tieferen gipfeln und müssen hier noch so ein paar lüftchen verarbeiten habe ich noch heiße luft raus als maria und rede von der luft und ich fand also nicht zweideutig nicht dreideutig natürlich nicht wieder herrliche durch bist du soweit wie bin ich soweit ja hast du die viecher umgehauen dreimal ist so das eis zum schmelzen bringen funktioniert nicht das heißt du brauchst noch einen jetzt ja ein und drei klumpen hier ist einer vor mir ist einer findet auch nur noch einer derzeit wo sie dann bist du bist dass den flackern hinter mir ist noch einer ich komme näher an mit ihm da habe ich dich auf der mini mehr sehe so das holz 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 vor der hütte das auch aber hier hier bin arbeitslos noch nicht wir kommen rex 4 macht das nicht und schreibt das demnächst noch einer in seiner politik arbeit da habe ich so eine kulturelle fortbildung beigetragen wir behaupten ach wir nehmen mal das schwert hier mit das ist eh für mich und die skins haben wir schon ach man sollte auch dass du sie durch sie gehen dass wir hier durch greeting du hast du sehr fein gemacht pilgrims crossing was nehmen das schönes mit nein jetzt mache ich mal da happen nein bleh bleh blablabla la raffeln mannt mar army herzlichen dank vor allem das steht 115 und ich habe 75 ich verstehe nicht warum ich das abbauen kann warte guck mal hier bin ich gerade dran vorbeigegangen das ist ja ich weiß hier ist alles nicht fest ich mag massaker sie werden hier noch mehr wie sie werden hier ja das ist das gebiet hier so wie ich immer rechts um der rote fallzeit nach links welche und hier ist eine andere kürzelt wird die tige 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 doch doch die gehört dazu immer die doch so die gleiche idee dass du krieg tatsächlich gepasst ach so hast du einfach dass das macht doch das ganze gleichgewicht kaputt das ist es nicht gab weil du immer alles gekriegt hast aber jetzt beschwert das richter was das beschwerde sie immer noch was ist mit ihm kaputt drei haben wir davon erst müssen wir jetzt noch fünf wir machen ja bledig noch mal dass alles technisch nehmen die nicht holz hohl goni stamm shopp предложen empfohlene skill 115 es gilt die nicht darin habe im holz abbauen ist bei 75 ich sollte den mal aufrüsten dass ich nicht vorwärts komme aber ihr seht das schon in der letzten folge habe ich angesprochen also als ich den gebiet wechsel angesprochen habe ihr seht schon dass auf jeden fall sich das mehr lohnt dass es hier einfach viel mehr erfahrungspunkte gibt als halt der beiden wachs wechseln es mal ein bisschen oh gott ich bin tot du bist der tod ich wollte nur mal eben die paar kleinen tischers platt machen die machen ich habe ein bisschen zu spät meinen meinen zorn der wegen einem lebenspunkt wahrscheinlich oder so wie viel von den tischern brauchst du noch ich brauche noch zwei von den wölfen ich noch ein aber und hasen du wolltest auch nur wieder hase zu weihnachten ich liebe es wenn scharf gewürzt stein jetzt hat sie ist da er zieht es nicht da hier sind sie schon nicht mehr musst du sagen wie wo das gebiet war noch mal war ich sehe es ja nicht mir ich überhole sie gleich verstehe ich bin sowieso schneller als du siehst du wie ich dir wegrenne siehst wir können jetzt wieder auf dem weg zurück wo war es noch jetzt nicht er zieht da habe ich doch gar nichts gesagt doch du hast aber der hase der hat gestorben ist das ist richtig oder sehr wahrscheinlich weil ich möchte eine hasenträne eine hasenträne oder eichhörnchen trainer und es gab noch drei vier andere tränen die kommen vor uns vertikulum vergisst du mal das damit es schneller geht um quatschen damit würde ich gerne hören still wie hier so es abgeben ja man sollte auch den weg nehmen wo man reingehen kann dankjürf für jura ist das idee bei haben blieb erster und geladen die losse wenn ich mensch mit gibt es jetzt hier nicht ein quest sehr langweilig ein eisblüten und ihr verhörtert überlaufen genießt das können wir noch verschärfen das können wir verschärfen das machen wir ja mal unsere seele reinigen das können wir verschärbeln aus der heilerschein 13 gold 6 silber 3 gold 27 so hier rechts ist ein kleiner reich wohin soll hätte du kämpfst hast du ihn auch bekommen ja okay du kämpfst ich rette ich finde es ja bei solchen spielen immer sehr geil du ich kämpfe und du rennst ja meine ich doch immer so könntest du mir auch mal vielleicht mal drei wölfe töten kommst du wieder hin könntest du mir vielleicht noch mal fünf blüten sammeln ich hätte für mich jetzt nicht gezählt und sagt also sagen ich töte mal drei vier und fünf wölfe und sammeln mal dreimal hier ohne die gehen aber amazon bestellen macht er auch noch werbung hier ja ja oh sterbt tot mach du mal du kannst doch so gut ja die ganze zeit haben wir ein problem mit ach die blumen muss ich auch noch einsammeln ach nein was denn hier sind hier der menge blumen alles meins mein lüdenscheid was haben wir drei stück oder tote frosthase meine meiner meine 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 hast du überhaupt gar nicht deine deine deinem waff an ausgelaufen das ist anders da war der stelle pflück du mal den typen aus dem eis und ich töre das vieh ein bisschen arbeitsaufteilung einer er ist runter gefallen richtig viele live so schon wieder die haben uns schon mal versucht zu entweiten in der gilde wieder manche anreizt ja wir haben kein interesse an euch überleid leid tut mir das nicht war jetzt einfach kürzelt drei oder vier blühen für die sonne habe das muss man was testen das endet meistens nicht gut für mich doch weil ich würde gleich fertig so dass ein schad gewechselt ich habe mich nicht jetzt gerade gegangen aber ich habe gewechselt relativ wurscht noch zwei filme ja ich muss doch dass die festen und dann schaden und fertig und fertig ich habe die stelle gefunden haben relativ viele hier bei mir an der einen stelle waren drei stücke oder so naja man hat gewechselt noch fertig also ich musste zweimal wechseln aber fertig einfach da hoch gut zeitgleich ich bin schneller da doch nicht holz der 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 eine neue quest eine neue quest noch mal gespannt zu mir warum nicht so schnell An der Zeit könnt ihr mal vertickern. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, aber nicht alles verkaufen. Man muss immer gucken, für dich so. Dass man die Handwerksgedönsler verhält. Ich spreche mit Nachtschreck. Wo ist denn der? Oh ja. Bergzwegemodus. Durch kämpft die Wüste. Eisswüste, zählt. naja mit dem flammenwerfer wenn man so eine berg genau und bomben menschen genau und was macht man beim bomben natürlich feuer entzünden ich kenne mir das frei und er macht es gibt es ja gar nicht so dass es doch auch gekriegt oder ja ich werde ja was stehen bleiben und erwarten glaube ich weil ich kurz auch machen oder geht zum nächsten wahrscheinlich was beide einmal machen ich wollte es nicht haben aber ich würde jetzt gehen holz dem zu gehen da stehen jetzt auch mal machen wieder zurück das ist ja aber der rennt weiter ja keine ahnung dass wir laufen sondern sterben naja jump jump mit riss kurs gehört wer wollte gerade am kopf springen ich habe ich zwei skills ist günstig ich habe das verkauft für 4 gold die 64 war da unten sein der drückte ob es schneller müssen wir machen füllt den ersten schreien von theodor über muss ich machen ich auch aber ich muss das auch machen wer lustig wäre sein zweifel warum eigentlich immer auf mich weg von mir greift den an kämpft noch einmal was auch noch live und ein schilder sondern hier natürlich und vom bock zu kämpfen das ist dein monster es ist so kein bock zu drücken so und nun weiter geht's aufsetzen glaube ich muss noch ein neues mount kaufen wie er flitzt und ich kriege ja das ist so wie sonne ich habe doch nur 155 natürlich warum ich hier noch weg hatten die finde reichweite aber nicht ablegte die vielleicht sollte ich war dieses ding anklicken dann lassen sie sich vielleicht um jetzt macht doch dass ich da bin das sind ab jetzt kriegen wir beide auf dem fressen einmal ein zunder stoßen soll das reichen war ich doch nicht ganz ja du machst ja noch schaden der zeit also bisschen 1 in 1 versucht zusammenzurechnen was vor die gruppe freischalten ist schon freigeschaltet nicht mehr hängen wie früher aber das war schon kurz bevor wir aufgehört haben schon so hier übrigens bei solchen leuten kriegt ihr tolle ausrüstung für kleine leeren steine beträge daher habe ich auch meine schuhe die handschuhe war nicht besser das ist die ruhe die ich habe und die hose die ich an und das wäre auch besser aber dafür brauchen wir noch ein bisschen level obwohl wir es eigentlich schon mal mitnehmen können und für leute die ganz faul sind brauchen aber wenn man schon mal hier steht dann braucht man nicht den ganzen rift shop durchsuchen und hier gibt es natürlich auch noch essen große und klein dafür brauchen wir mehr planer ried aber abgeben hier und zwei neue questes annehmen eine tor mit er hat einfach weiter gemacht ja weil du mich überholst dann bereiten jetzt kommt die torquests ich meine also weniger habe ich meine nicht das wird schon akte die 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 aufzug musik hier passiert gerade nicht der muss ein bisschen was aber der panell sein konnte wenn man der leite könnte man das auch im ladestream machen gut dass sie die 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 obwohl für dich ist es maria du schreibst gern auf das ist weiter weg warum sind wir eigentlich nicht zu spät aber wir hätten das ist richtig ich gucke gleich mal auf screen dann nach einem neuen mount widerlich dabei sind das nur fünf prozent ja der wirkte nee der passt sich dem schnellsten an ja das schnellste was ich habe sind 155 und du müsstest 150 haben oder nicht dieses eingestimmte erhöht die bewegungsgrenze 60 prozent oder erreicht die geschwindigkeit eures schnellsten ja was ist denn dein schnellstes das war meine frage keine ahnung denke mal 60 70 100 keine ahnung nein quatsch habe ich so ein schnelles doch du hattest auch schon schnelleres ja aber nicht bei dem charakter ja okay das kann sein aber ein 110er wirst du trotzdem glaube ich gehabt da jetzt hier rein jetzt doch einfach nur mit dem quatschen zu los darüber und christian besiegt kreaturen kann man nicht ja jetzt müssen wir unseren ruf hier wieder hoch arbeiten und hier bei dem hier die nächste instanz greetings die ist so vernebelt weil ihr kannst wieder irgendwelche abgase abgelassen nein nein das war vielleicht mal im modern tics schließt die eiskarren hüter das sturm sagt kann ich nicht nichts abschließen ja das ist doch das wurde jetzt hier ruf sammeln muss bei den eiswächtern auf ich kaufe jetzt einfach den kaufst du dir ruf kaufen ja das ist affinity glaube ich ja aber nicht nicht eiswatsch nur die allerhöchsten Nemanugo und Onir und Pelagic und Ach, ich muss noch quatschen. Wo sind denn die Mounds? Da sind die Mounds. 130 ist Standard. Da haben wir gequatscht. Nochmal gequatscht. 150. Siehst du, also wären es nur 5% Unterschied. Hättest du ein großes. 30.000 kostet 155. 3 Tiere. So, dann scrollen wir mal runter. 15.000 Ich habe 3774 Rex, von daher ist mir das egal. Okay, dann Krisse für 700 einen 150er. Bist immer noch 5% langsamer. Die anderen Krisse nicht für Rex gekauft. Hier brauche ich. Ach, ich muss das mit Rex. Ja. Wer das kann, der kann es. Nein, ich habe doch auch mit meinem Schurken, übrigens kann ich die Quest nicht abgeben. äh, mit meinem Schurken, äh, Geld gefahren, dafür Rex Steine gekauft. Ja, aber wie hast du die auf deinen Ach ja, Rex ist cool, äh, accountweit. Weißt du, ich finde es ja cool, das ist ja auch mal, dass man auch fremde Spieler trifft, aber wenn man hier gerade am Einsammelquest hat, äh, wenn man hier eine Einsammelquest hat, dann nervt das. Frill! Frill! So, dass man jetzt mal Ja, obwohl es auch nicht wirklich ist, hat man da gehört. Das ist ja nicht wirklich. das Kreaturen, Master Ad Arms, Ramos sprechen. freistadt ach ja wir haben gerade eine quest umgenommen weil hier diese ein seltsames verschwinden können wir nicht abschließen möchte ich mal auf der map zeigen dann müssen wir nach freistadt das ist das wo wir eben waren das ist das wo wir gerade eben war ich dachte stimmt die war ein wie kräftig man ist eine etage unter uns die kümmern wir die abschließen weil das 60er 50er elite bosse sind und da würden wir das ist im fernglas gucken wo dann die schurken da kommen weil sich noch immer so auch wir platzieren hier mal eben eine ballista und drei barrikaden drumherum ja da habe ich eigentlich nicht hingekriegt aber okay und freut sich des lebens zu arbeiten ich arbeite aber quatschen anbaut du in der zeit und ich mache die quatschkosten da zeigt uns jetzt hier seine ihr werdet ja noch achten was er macht der erste die grundlagen anfangen außerwäscher sei blablabla wenn man das schabe im kampf haltung ich muss das auch mal die mausbildner ding aber mit diesem bild des trainings durch atta verabschieden wir uns mal ganz fix die folge ist schon wieder sehr lang geworden wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dahin schaut in unserer anderen videos die links zu atta oder mir findet ihr unten in der beschreibung bis dahin viel spaß und noch etwas ganz wichtiges ganz ganz wichtig das noch wichtig ist falls ihr nur bei uns schauen solltet wünschen euch natürlich ein frohes weihnachtsfest und lasst es schön gemütlich angehen und lasst euch gleich beschenken ja genau